Achtelfinale Nummer 6, Ungarn gegen Belgien. Ich habe mal wieder Glück gehabt, ehrlich gesagt. Äh, hi. Ich habe eigentlich so wie jeden Tag los Pech. Ich habe immer die... Ohne Scheiß, wenn man den Bestopp dafür machen sollte, dann... Und ja, Ungarn ist im Vergleich zu Belgien, glaube ich, die schlechtere Mannschaft. Gut, weil im Turnier, ich weiß nicht, wie viele Punkte die gesammelt haben und so weiter, aber ich glaube, dass man sagen kann, dass Ungarn die schlechtere Mannschaft ist, deswegen habe ich los Pech. Also, nicht beschweren, Leute. Oder, kann man das so sagen, Belgien ist ja wohl eine bessere Mannschaft. Belgien ist in der Weltrangliste weiter vorne, also auf jeden Fall. Locker. An der Erste. Waren. Aber wir haben Zuzak! Easy, faul. Fick dich. Ja, der Stiger doch gerade eben in Deutschland bin ich gepfiffen, also von daher. Na, das Spiel war super, könnt ihr euch gerne angucken bei mir auf dem Kanal, nicht an... Ne, guckt euch das nicht an, das war nicht empfehlenswert. Doch, wenn mein Spielskill sehen will, der guckt sich das Spiel an, das war eigentlich sehr super. Ja, mein Spiel, ey. Er hat gesagt, dass ich mit so einer schlechten Scheiß-Mannschaft spiel muss, dass sie nichts gemacht hat. Du machst sie selber gewählt, du wolltest Deutschland nicht. Ja, weil ich die auch nicht mag. Und zumindest in FIFA. In FIFA, ja, ja. Muss man da mittlerweile immer noch zu sagen, weil man sonst... Ja. So, Kirai. What do you do? Wo ist mein Linksverteidiger? Boah, die beiden auf der einen Seite ist schon ein Traum. Das ist ja wie mit Irland, ey. Das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Wie spricht man denn mal aus? Lovren-Cic? Lovren-Cic? Lovren-Cic. Lovren-Cic. Ich hab noch gar nicht... Wir haben noch gar nicht getippt, oder? Äh, achso. Ich war gerade voll Renner. Warte kurz, ich sage, Belgien gewinnt mit 1 zu 0. Okay, ich sag dann, Belgien gewinnt mit 2 zu 1, weil ich glaube, das ist eigentlich... Es ist einfach so. Ach. Ja? Nee. Loi. Wie tef. Wie tef, wie weit der Ball geflogen ist. Viola, hört sich irgendwie so an wie so ein Nudel. Was? Jude? Viola, hört sich an wie eine Nudel. Ach, what the fuck? Ich hab... Sorry, ich hab gerade hört sich an wie eine Nudel verstanden. Ja, ich... Meine Aussprache ist nicht immer so geil. Weiß ich selber auch. Ich find's irgendwie voll... Nice. Boah. Alter, aber TS-Lack und FIFA-Lack. Natürlich. Warum ist das immer gleichzeitig? Keine Ahnung. Das ist total... Das wäre Internet-Lack gerade so. Also, Gesamt-Internet fliegt gerade rein. Das kann nicht sein, dass die ersten FIFA gleichzeitig so... Können wir öfters irgendwie. Komische Sache. So, Nudge. Nudge, sorry. Loi, what? Ich hab dich gerade irgendwie mit nem Schiri... Äh, warum... Ah, hab ich nicht blind? Ich glaub ich bin blind. Was bin ich echt blind? Ich hab gedacht, das wäre der Schiri irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Bane-Afka. Also. Alter. Das wär jetzt übelst Pech gewesen, wenn der reingehört. Alter, was ist denn hier? Ey, was ist... Der Ball wird nicht weg. Der kommt doch wieder zurück. Thomas. Ne, hat der Thomas? Doch. Oh fuck, aber der auch nicht. Der kommt halt eben nicht zurück. Nudge. Power. Nein, zu spät. Abseits. Das war Abseits. Abseits. 2 Sekunden zu spät gespielt gefühlt. Ah, damnit. Nice. Oh Gott, was ist wieder gespielt? Lovrencic. Lupfer. Goalasso. Yes. Lovrencic. Ey, ich mag den Typen. Der ist echt schnell und cool. Ah. Da ist der Kurs war rausgelaufen. Ja, das Problem ist halt einfach nur, ich musste mit dem rausgehen, weil ich meine in den Verteiliger zu mir langsam sind. Halt hoch. Weil vorhin Schorlechen den Ball mitgenommen hat. So, das ist das zweite Lupfer-Tor nach dem Irgendem Eastern-Spiel. Ich glaube, Sigurdsson hat da eingelupft. Stimmt, da bin ich auf einmal so voll weit rausgelaufen, auch so voll no-brainer-like. Glaube ich war das. Oh, und da kommt der direkte Ausgleich vielleicht. Nein, Gabor. Oh, jo, jo, jo. So, hast du eigentlich den in der Schweiz gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das war ein schönes Tor. Ich habe so geschrieben bei dem Tor, ne? Ohne Witz, ich habe so nie gemeldet. Das war ein bisschen Glück, aber ich war auch dabei. Aber Schakir war in der letzten App so stark und die hätten es bei den Gab zu gewinnen generell, aber ja, haben es dann leider nicht gewonnen. Durch den 45 Millionen Mann, der hat den Elber richtig krass verschossen. Ja, das war echt schlimm. Ja, der ist über den Spann gerutscht, der Ball, und dann ist es vorbei. Naja. Hätten es mehr verdient gehabt, finde ich, aber okay. Jetzt in die Polen weiter. So. Oh, Romelu. Nice. Was war das? So. Lovren. Titsch. Bester Mann. Ja. Kleineisler macht das auch gut. Adam. Nice. Oh. Das war schlecht. War alles gut bis zum Abschluss. Immer wie so häufig. Kutschwerk kann übelst weit den Ball werfen. Echt? Oh, ja, ja, stimmt. Hab ich ja weich gesehen. Echt? Du Kopf. Ernsthaft? Also, ich bin du im Kopf. Ach, da wollte ich nicht hin. Ich wollte durch die Mitte. Da war eine Lücke. Natürlich war das wieder so typisch FIFA. Ich gewinne den Ball, verlieren wieder. Ja, das ist echt scheiße. Kleineisler. Kleineisler. Oh. What the fuck? Paul? Ja, ist klar. Eleg. Golazo. Das war jetzt lächerlich als fuck, man. Die Ungarn rasieren gerade. Also, was heißt rasieren? Was war das? Meine Ahnung. Tor. Eleg. Eleg macht das 2 zu 0. Ach, Mann. Ich wollte gerade was nachgucken. Was wolltest du nachgucken? Ich wollte was nachgucken. Ich wollte eigentlich wissen, wer die 23 bei mir hat. Äh. I don't know. Und ich will leider nicht sagen. Hätte ich gar nicht sehen. Oh, Hazard. Boah. Aber ich hasse das da oben, wenn es so dunkel ist. Das ist immer so. Mein Bildschirm so ist, wenn ich. Wenn ich halt ein bisschen von unten auf den Bildschirm gucke. Also hochgucke so ein bisschen. Dann ist der. Ist immer so. Dunkel irgendwie. Keine Ahnung. Da ist Carrasco. Pfeißer. Carrasco. Euiuiui. Schusschack! Nice. Ah, Mann. Uiuiui. Hat nicht Monier die 23 sogar? Ja, dann ist der gerade über sich selber gefallen. Wenn dann. War sehr, sehr dumm irgendwie. No. KDB. Loil. Alter, der ist nicht drin gewesen. Boah, das ist doch jetzt lächerlich. Das ist echt gerade, Loil. Ja, der hat 23. Ich habe gerade übelst Pech so an sich. Dämonier hat 23. Natsch. Der ist über sich selber gestolpert, Dämonier. Dein Eisland, Schorloil. Do it again. Oh, Loil, der ist drin. Oh mein Gott. Adam, Schorloil, macht das. 3 zu 0. Ich dachte nicht, dass der reingeht, aber er ist wirklich drin. Alter, das ist aber knapp, oder? Ja, das ist doch... Ich habe gerade... Oh, ich dachte, der kriegt den. Huuu. Alter, was ist denn gerade hier los? Was ist eigentlich gerade bei Rates los? Das ist vorbei. Wir haben gewonnen. Ah. So würde ich das jetzt holen. Glaube ich auch. Alter, zweimal Loup. So. Das Spiel habe ich so gut wie verloren. Ich würde sagen, ich habe ein kurzes Pech gehabt, so an sich. Ja, uh. Das ist eventuell korrekt. Ja, 1 zu 0 auf jeden Fall. Vom 1 zu 0, ja, da war halt nichts los in der Abteilung. Und 2 zu 0 war einfach Pech. Total Chaos. Ja, weil wir gar nicht so blöd, da hätte es 2 zu gehen können und dann gibt es nochmal den Konton, das 3 zu 0 dann wird gelaufen. So. Und natürlich ist es so, wenn man im Rückgang ist, eh sowieso wird man schon ziemlich gefickt, weil dann das Momentum so hart auf der anderen Seite ist. Ja, das ist leider immer so. Nice Mann, Karasko. Du bist echt gut gerade. Ich habe schon lange auf Y gedrückt, ne? Tirei. Richtig. Kein Bock auf Deutschland, Schweden. 2 von 0 oder sowas. Boah, dann spielt der da runter. Da. Da. Die Reihe. Geh durch. Ball. Ne. Ja, what the fuck, was macht der denn? Axel, wie zählt? Na, geh doch hin da. Kollege, ihr leck. Oh, Leute. Hat der Kevin nicht mit gerechnet. So, jetzt könntest du eventuell die flache Flanke übergeben und der ist nicht das. Boah. Boah, was? Willst du mich verarschen? Wann hast du jetzt abgepfiffen? Was ist das jetzt passiert? Was ist gerade passiert? Alter. Was war das denn? War das ein Foul? Das war gar nichts. Ich habe auch gerade keine Ahnung, was. Also entweder war es Abseits oder ein Foul, aber ich habe... Das war kein Abseits, der wäre... Ne. Hat der nicht gepfiffen, der hat Foul gepfiffen, ohne Scheiß. Ich glaube, der wurde jemand gekauft. Ein Chiri. Ich glaube, die Ungarn haben ein bisschen Geld bezahlt. Oh, jetzt war das Abseits, oder? Ne. War kein Abseits. So, der längst überfällige Anschlusstreffer. Ja, das war doch jetzt Abseits, oder? Nein. Ne, schade. War knapp. Heiße. Okay, 3-1. Ah, jetzt tut meine Hand weh. Das ist aber eine komische Situation gerade, weil ich habe nichts gesehen, irgendwie. Es gab natürlich wieder keine Wiederholung hier, ne? Aber naja. Komische Sache. Das ist halt wieder FIFA. Toll-linie-Technik, der hätte jetzt auch schon, eigentlich hätte es schon 3-3 stehen können. Du hast ja immer so einen Latten-Tunnel. Ach, tut schaak. Hör, wie bist du jetzt wieder vor mich gekommen? Krass. Okay, jetzt muss ich nur mal ein bisschen anstrengend, weil ich habe genug Zeit, um zwei Tore zu schießen. Besonders wenn es Belgier sind, die mit Hazard, Lukaku und sonstigen Spielern hier. Die Bräune, Carrasco. Aber hier, es wird nicht einfach. Einfach verteidigen hier und kontern, dann läuft das. Der Mann, der über seine eigenen Beine stolpert. Abseits? Fragezeichen? Nee, einfach nicht. Und die Flanke auf Lukaku! Schon wieder so ein Ding! Und den und den. Aber... Alter, ich glaube, ich will das Spiel noch, weil du bist gerade so überlegen. Pack des, ey. Ohne Witz läuft der hier nicht wohl. Alter, wie oft willst du eigentlich noch? Den Ball so... So! Ich glaube, Belgien wird das Spiel noch drehen. Ich habe gerade ein blödes Gefühl. Ich habe gerade echt einen Scheiß. Das ist das Momentum auf meiner Seite. Ja, aber Hardcore, weil du bist ja gerade... Vor allem wie Lukaku den Kopfball mit 100 kmh macht oder so, anscheinend. So, mein nächstverteidiger ist gar nicht vorhanden. Komm, schau, die Flanke muss sitzen! Und die ist so schlecht! Okay, jetzt muss ich auch noch zittern hier, Alter. Jetzt muss ich zittern. Ich will das eigentlich nicht gewinnen. Ich will das gewinnen. Alter, ich will nicht rein, nur aus der Hand geben, das wäre richtig behindert. Alter, jetzt hab ich Angst. Edna Saat! Das war wichtig. Das war schlecht. Nein! Nein! Handballjagr-Berlger. Geht doch dahin, einer, das gibt's doch nicht! Es gibt keiner zum Ball, ey. Heck, ey! Ohne, ich, die war... Es wurde so unnötig spannend, jetzt nochmal. Weg damit. Jetzt komm, jetzt, 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 du hast, du hast, du hast einen langen Griff, oder? Ne, hab ich nicht. Nicht? Nein! Ich hab auf Offensiv, mehr hab ich gar nicht. What the fuck? Warum sind dann alle von dir vorne? Uiuiuiuiui. Ich hab nicht an den Ball komm' gerade. Nicht an den Ball komme. Alter, witzel, ne? Nicht an den Ball komme. Noll, da ist ja keiner mehr. Come on. Oh Gott. Oh Gott, noch eine Minute. Ey, warum wird sich jetzt nochmal so spannend? Komm, zeig einem eine Sekunde, eine Minute Nachspielzeit. Ne, zwei. Okay. Komm nicht an den Ball! Ey, geh doch mal einer dahin jetzt! Oh Gott, war der schlechter Schuss. Doch, ich bin nicht zum Ball gekommen, bin gerade, ey. Ich geh einfach nur raus, dann muss das eigentlich gewesen sein Alter. Komm, schau, schau, schau. Schiri? 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 Ey, Schiri! Zwei Minuten hast du an den Angriff. Ja, genau, ich war gerade im Angriff. Holy shit, Mann. Sehr, sehr ärgerlich. Eigentlich hättest du auch unentschieden ausgehen können. Na, ich hättest du auch gewinnen können. Eigentlich auch. Ja gut, Schiri war nicht auf meiner Seite. Mach's gut, haut rein, mach's gut. Ciao.